Alle reden von Leila und feiern den Party-Hit des Jahres. Was die meisten aber nicht wissen, ist, dass es sich hier nur um die offizielle Version handelt. Die inoffizielle klingt ganz anders. Leila schafft Anne in einem Schuppen dort im Viertel. Sie hält es kaum noch aus, schluckt irgendwelche Mittel. Jeden Tag bedient sie 10 bis 15 Freier. Das soll alles selbstbestimmt sein, so die alte Leier. Sie will nur hier raus, aber das ist schwierig. Und der Puffbetreiber ist auch noch so gierig. Ein paar Leute schnallen, dass sich da was ändern muss. Doch leider reden die Politiker die meiste Zeit nur Stuss. Und daher brauchen wir ein Sexkaufverbot. Sexkaufverbot. Das lindert die größte Not. Das versteht auch der größte Chaot. Denn ja, das Sexkaufverbot verringert das Angebot. Und jeder Idiot fühlt sich dann bedroht. So, das war's jetzt mal in Kürze. Denk mal darüber nach. Bis zum nächsten Mal. Zuschauen. Oh.